Warte, vielleicht hier... Komm, ich hoffe... Okay. Was könnte denn... Könnte das ausreichen? Ja! So, mischustig. Okay. Äh... That language is... Ach, tote Sprachen der Antike. Äh... Wer könnte da was haben? Tote Sprachen der Antike. Wer wäre da... Erster Gedanke hier, Madame... Madame... Madame Medusa... Sieht sie doch, oder? Naja, Sensoren und so... Bla, bla, bla... Okay... Ähm... Meine Mumie... Ähm... Neverending... Neverending... Uppled sales... So, warte mal... Look... Look at the dead languages of antiquity... Irgendwas Antikes... Irgendwas Antikes... Und Thomas Jefferson... Warte... Warte... Okay, das ist... Beides nicht Thomas Jefferson, ne? Definitely not an ex-President... Okay, auch nicht Präsident... Halt! Halt! Geh da! Caramel Center... Nee... Klar, vielleicht weil Medizin... Ähm... Medizin... Inzwischen gibt es ja viele lateinische Begriffe... Und... Dass es da vielleicht irgendwas gibt... So... Wanted Poster... Schön... Wanted Poster... Hier kommt sie nicht ran... Ja... Dass das immer wieder neu gemacht wird, ne? Das find ich blöd... Ja, weil das cool, wenn das so gespeichert wird wie... Ähm... Okay, doch nicht... Ähm... Das würde ich sagen... Ach so... Wäre... Wäre cool, wenn es so gespeichert wird wie... Wie bei der... Bei meinem Badezimmer... Wo könnte man noch irgendwas... Was gibt's denn noch? Ähm... Bidding piece on root bank employees... Biting... Story about president thomas jefferson... Gibt es hier vielleicht irgendwas... Looking for love... Ehh... Ehh... Don't see... Coming down anytime soon... Zwei shots left... Okay... Ehh... Ehh... Nein... Open all night... Kann ich ein Foto von ihr machen? Hm... 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 Eine Geschichte über thomas jefferson... Portion notice... Kann ich vielleicht... Wegen... Der Flagge... Ja... Ein richtiges Bild von thomas jefferson wäre besser... Und hier... Sie hat keine Shots mehr... Das heißt ich... Ähh... Lass mal erstmal aussortieren... So... Working on those photos... Jaja... Ähm... Want to see my work so far... Alles was nicht benutzt... Gebraucht wird... Ja... Schau was du hast... Das ist nice... Schön... Uninteressant... Jaja... Weiß ich ja... Blurry... Amazing... Ja... Das ist mir schon klar... Japp... Ja... Ich brauche mehr... Äh... Filmen... Check... Wie viel habe ich? Drei nur... Okay... Dead language of... Mh... Mh... So... Aus Neugierder... Was? Wer? Local groundskeeper... Wentz Whitehouse Post... Mh... Was? Factory security got raised... Promoted again... Ghost of Franklin... Hans... Admin Hotel... Ah... Mh... Mh... Deinem... Mh... Quickie... Poil... Bathroom... Toxic... Hihihihihihi... Change music styles... Another... What? Ok... Mmmmm... Dann lass mich überlegen... Lass mich mal gucken, ja... Look at the Dead Languages of Antiquity. Biting Peas on Root Bank Employees. Story about President... Warte mal, eine Sache. Ich will nur wissen, wie ich das Biting Peas on Root verstehen soll. Warte mal. Biting Peas. Ja, das ist so... Ähm... ... ... ... ... ... Ich finde dazu keine Übersetzung. ... 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 durchgelesen, was genau Sache ist. Wo ist denn hier die Bank? Da. Read sign. Close. So, take photo. Was? Auto auf Toilet. Job posting. Ah, okay. Stimmt, warte, ich habe hier nur zwei geschaffen. Ah, ja. Das ist quasi der Hinweis darauf, dass wir das noch brauchen. So, warte mal. Hier. Was? Du zeigst mir eine Stellenausschreibung? Du denkst, ich brauche einen Job? So wie jeder normale Mensch? Well, nun, ich nie, ja, ich, 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 ich werde mal vorbeischauen. Vielleicht hilft das ja, vielleicht ist ja, da scheint, dass man jetzt irgendwie in der Bank, in der Bank, ah, City Hall ist das. Äh, dass man jetzt wohl in die Bank kann. Bank Flyers. Promotional Bank Flyers. Jetzt sitzen die hier. Ach, Gott. Warte. Ach so. Ähm. Kann ich das? Good thing is running on the dead. Ah, warte gleich. Äh. Okay, es ist, äh, die Batterien sind leer. Okay, gut. Bankfone. Bankfone. Man muss mit dem Portum bringen, das ist mein... Ach so, ja. Da könnte jemand anrufen. Ist das dein Ernst? Was soll ich ja doch... Okay. Ähm. Kann ich jetzt von ihr ein Bild machen? Okay. Cool, jetzt habe ich, äh, an Route Bank, Route Bank Amplies. Ja, passt jetzt. Ähm, okay. Story about President Thomas Jefferson. Und immer noch Save the First Savings. Irgendwas mit toter Sprache. Aber was? Mist, ich habe den Brother schon geschlossen, sonst hätte ich heimlich geguckt. Obwohl dann das Spiel ja automatisch in Pause-Modus geht. Ähm. Okay, look at the dead languages. Totesprachen der Antike. Präsident Jefferson. Wo kann ich denn... Gibt es hier vielleicht irgendwas von Thomas Jefferson? Garten... Garten... Pflanze... Lotto... Boxes... Nein... Badezammertür... Ja, hier wird auch nichts sein. Dann können wir den mal mit. Ich weiß nicht, warum ich es gerade ausgemacht habe, aber ich denke mir, dass es das nicht schaden kann. So, in deiner war ja nichts. Warte, was ich weiß. Hä? Ich habe echt keine Ahnung. Thomas Jefferson. Kannst du mir das nicht schaden. Vielen Dank.